Grüßt euch, bei mir ist jetzt der Helle. Servus Helle. Servus. Helle, magst du ein bisschen was erzählen von dir? Jetzt nimmer. Wo bist denn her und wie alt bist du? Ich bin 39 von Minkhofer. Und wie würdest du dich selber beschreiben? Eher ruhig. Dann soll ja deine Traumfrau ruhig sein. Sollte auch ruhig sein, ja. Nicht so ruhig, aber ruhiger und kleiner wie ich. Und sonst gibt es irgendwas, was sagst du, das muss am Sommer sein? Keine Kinder, nicht rauchen. Das war's eigentlich. Optisch kann man schauen. Was treibst du in deiner Freizeit? Fortgehen jetzt im Sommer Volksfest, Autofahren, arbeiten sogar. Arbeiten? Im Volksfest? Nein, nein, in der Arbeit direkt. Ja, ich meine während der Volksfest nicht. Okay, hast du eine Frage genommen? Nein, das auch nicht. Okay. Sonst mache ich hin und wieder. Gibt es irgendwas an dir, was eine Frau der Backer kennen muss, wenn sie mit dir zusammen sein will? Na. Soll ich selber rausfinden? Soll ich selber rausfinden. Okay, das war jetzt der Helle. Bitte meldet euch Bayern. Führt euch.